hallo zusammen ich grüße euch ganz herzlich ich hoffe es geht euch gut ich habe mir heute ein ganz bestimmtes thema ausgesucht worüber ich mit euch sprechen möchte und zwar über meinen burnout oder über meine panikattacken meine angstzustände die ich vor circa ja mittlerweile ist es fast 13 jahre her hatte das ist ein sehr persönliches thema und ich habe mir überlegt dass es vielleicht einigen einigen von euch helfen könnte wenn ihr genau mit diesen themen zu tun habt eins sei vorweg gesagt die seele geht zu fuß und alles braucht seine zeit und ich brauchte auch meine zeit mit meinem burnout man kann natürlich heutzutage viele menschen sehen und auch erleben die bei der geringsten belastung schon in einen burnout verfallen das ist finde ich so ein bisschen mode geworden ich möchte niemandem zu nahe treten hier aber ich glaube viele burnout könnten vermieden werden wenn menschen rechtzeitig ihre leben verändern und ihre lebenssituation verändern bei mir war es so dass das burnout und die angstzustände und die depressiven verstimmungen nicht von ungefähr kamen und sie kamen auch nicht durchs arbeiten oder durch zu wenig schlaf oder durch arbeitsplatz wechsel oder ein beziehungsbruch bei mir war es so dass ich das lange angekündigt hat eigentlich wie so ein schleichender tsunami also es waren viele es waren viele faktoren kamen zusammen vor circa 13 14 jahren die dann dazu geführt haben dass bestimmte verschlossene gefühle dann ihren raum bekamen gelebt zu werden ich sag's mal so bei den meisten menschen beginnt so eine krankheit schon jahre bevor sie ausbricht also der der burnout oder die depression die kommt nicht einfach über nacht und schwupps jetzt bin ich aber irgendwie seltsam drauf ich weiß gar nicht mehr was mit mir los ist sondern der körper und der geist zeigen vorher schon viele signale ich möchte es jetzt hier an dieser stelle nicht pauschalisieren ich bin auch kein mediziner sondern ich spreche nur aus meinen eigenen persönlichen erfahrungen und ich versuche euch ein stück weit zu begleiten auf diesem weg wenn ihr gerade in der situation seid dass ihr vielleicht genau mit diesen emotionen zu leben zu kämpfen und zu lieben habt bei mir kündigte sich die gesamtsituation dieser krankheit damit an dass ich schon in frühen kindheitsjahren massive einschläge in meinem emotionalen sein hatte im nachhinein weiß ich meine eltern haben versucht alles so gut wie möglich zu machen aber es ist ihnen leider nicht gelungen ich habe frieden geschlossen und mich im im verzeihen auch geübt in den letzten jahren bevor meine eltern auch verstorben sind mein vater ist 2015 verstorben meine mutter 2017 da war meine mutter 85 und bereits circa 20 jahre clean sprich meine mutter war quartals trinkerin und das eigentlich seitdem ich denken kann seitdem ich fühlen kann und mein vater war komplett mit dieser situation überfordert und mein vater ist 88 geworden und die beiden haben häufiger überlegt ob man sich trennen sollte und aber das war in der damaligen zeit etwas verpönt und meine eltern waren noch kriegskinder also die sind im krieg aufgewachsen tatsächlich hat mein vater noch hinter der flack gestanden und auf menschen geschossen das hat er mir aber erst mit ich glaube mit 83 84 zum ersten mal unter tränen erzählt hat er sein ganzes leben lang nicht darüber gesprochen und ja so sind die menschen damals mit gefühlen umgegangen und die haben halt viele sachen mit sich herumgeschleppt und haben sie dann weitergetragen und ich glaube ich habe diesen ganzen stress und diese ganze angst und diese ganze diese ganzen probleme auch schon durch die muttermilch mitbekommen und so kam eins zum anderen und dann habe ich schon gemerkt auch als jugendlicher dass ich sehr gerne sehr viel von zu hause weg wollte ich bin als kind schon oft in den wäldern unterwegs gewesen und feldern und habe die tiere beobachtet ich war viel auf dem bauernhof also ich wollte nicht oft zu hause sein mein zu hause war mein herz und mein herz lag in der natur und in der natur fand ich die ruhe und die kraft und die die sicherheit auch um mich wohl zu fühlen es ist nicht so dass ich zu hause nur probleme hatte aber jeder der jetzt hier zuhört oder zuschaut und vielleicht jemanden kennt der massive probleme mit alkohol hat ob es sich nun zeigt oder nicht zeigt der alkoholiker hat viele gesichter auf jeden fall sind es gesichter des lügens und es ist eine krankheit aber es ist eine sehr egoistische krankheit so habe ich sie auf jeden fall bei meiner mutter kennengelernt und ja als sie dann irgendwann trocken war und wir auch da wirklich ganz ganz viel und tief darüber gesprochen haben da hat sie mir versucht zu erklären warum sie überhaupt getrunken hat und es ist schon interessant dass wenn menschen dann trocken sind dass sie sich dann plötzlich als neue als andere als fremde menschen sehen wie sie mal waren und ja das hat mich halt geprägt auch in der kindheit und so wurde ich ein sehr empfindsames wesen und ein mensch der ganz ganz viele antennen hat für kleinigkeiten ich kann das auch heute noch fühlen also ich mir kann man auch zehn leute auf die reihe stellen und da ist einer bei der ein massives problem oder probleme mit alkohol hat und ich weiß auch nicht aber vielleicht kennt ihr das und ich sehe dass ich spüre dass ich merke das sofort und ich habe da echt viel verständnis mich im verständnis geübt auch über die jahre und die jahrzehnte und dennoch finde ich dass man nicht nur die menschen die unter ihrem alkoholproblem leiden da verständnis aufbauen sollte sondern auch die menschen die mit alkoholikern zusammenleben und die dann auch bleiben weil sie diese menschen lieben und weil sie ihnen helfen wollen aber der alkoholiker entscheidet letztendlich immer selber welchen weg er geht und wenn er sich nicht helfen lassen will dann kann man alles machen und es ist wirklich ohne aussicht auf erfolg das ist das was ich gelernt habe mir sind dann im laufe meines lebens immer wieder menschen begegnet interessanterweise die eben auch probleme hatten mit alkohol und da das finde ich sehr interessant wie ich damit umgegangen bin habe gelernt damit umzugehen nämlich mich in der distanz zu üben und das hat mir geholfen für diese menschen verständnis aufzubauen aber mir dass mir das gefühl gegeben dass ich auch verständnis für mich haben darf dass ich mich dieser situation entziehe und dass ich da auch nicht helfen möchte und muss ja und so kam eins zum anderen und die jahre ging ins land bin ja dann mit 18 schon ins ausland gegangen erst mal für ein jahr nach portugal um der ganzen situation so ein stück weit zu entfliehen habe dann auch die liebe für die straßenhunde entdeckt habe straßenhunde beobachtet oder dazu erzähle ich euch mal in einer anderen story etwas da kann ich auch stundenlang erzählen über das jahr ein portugal es war übrigens eins meiner schönsten jahre wenn nicht das schönste jahr meines lebens weil ich da wirklich sehr viel frei war und mich gefunden habe ich wäre heute nicht hier an dieser stelle und auch nicht mit den hunden und mit meinem erfolg und mit meinen weggefährten und mit meiner philosophie mit meiner mission mit meiner passion wenn ich das ja nicht in portugal verbracht hätte das weiß ich heute heute kann ich das ganz klar sagen das war für mich das jahr der findung und hat mir auch das gefühl gegeben dass ich etwas machen kann wenn ich es verändern möchte ich muss nur losgehen und das habe ich damals gemacht und ich wollte diese situation zu hause nicht länger ertragen und bin tatsächlich nach portugal geflüchtet und habe mir da gute energien und gute kraft für mein leben geholt weil ich zu dem zeitpunkt eh nicht helfen konnte ja aber so sind dann die jahre ins land gezogen und irgendwann kam ich dann an den punkt wo ich ich mache selber auch musik schon seit meinem sechzehnten lebensjahr und habe dann fällt mir gerade ein dass ich mein bruder mal die teure stratocaster e-gitarre aus dem zimmer genommen habe darauf rumgeklimpert ich fand er gar nicht so lustig und aber da habe ich schon gemerkt weil ich habe irgendwie bock zu singen und kreativ zu sein und dann habe ich angefangen texte zu schreiben schon mit 16 15 16 vorher auch schon gedichte geschrieben und habe somit dann auch bestimmte dinge verarbeitet die mich berührt haben in meinem leben ja und bis heute mache ich ja musik und verarbeite auch sachen aus meinem leben und aus dem tierschutz ja aber wie bereits erwähnt die jahre zogen ins land und ich bin dann ja so als ich aus portugal zurück kam habe ich verschiedene jobs gemacht habe zusätzlich noch im tierheim gearbeitet und dann irgendwann habe ich so mit 40 als ich auch schon eine zeit lang selbstständig war habe ich gemerkt irgendwie fühlst du dich gerade etwas seltsam an so ich war sehr schnell erschöpft ich hatte oft kopfschmerzen ich war gereizter als sonst ich fand nicht in die ruhe ich fand auch nicht mehr in die bewegung ich hatte aufgehört sport zu machen und dann spürte ich irgendwie immer in bestimmten situationen so ein ganz unwohles gefühl in mir ich konnte nicht mehr so gut unter menschen gehen oder viele menschen gehen ich hatte immer so komischen so ein kloß im hals ich hatte immer das gefühl irgendwas bedrückt mich und ich habe dann durch einen menschen der damals an meiner seite war erfahren dass es in so einer situation besser ist sich mal in vertraute hände zu begeben ich hatte damals auch schon wegen der alkoholsucht meiner mutter einige themen bearbeitet für mich das war auch super aber dahin noch ein bisschen was fest in der pipeline und das durfte noch gefühlt werden und somit habe ich mich dann in einen klinik aufenthalt begeben für circa zwei monate stationär dann noch mal für 34 monate ambulant und das hat mir sehr geholfen weil ich dort lernen konnte noch mal neu mit meinen gefühlen mit meinen bedürfnissen umzugehen und ich finde so eine reise in die vergangenheit ist immer ist okay ist kann auch sinnvoll sein und das ganze auf um das ganze aufzuarbeiten ich bin aber ein freund von hier und jetzt und ich kann die 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 vergangenheit nicht mehr verändern aber man kann sie dazu brauchen um bestimmte gefühle noch mal aufzuarbeiten neu zu bearbeiten und sich in einem neuen licht zu sehen das habe ich dann auch gemacht und ja von da an merkte ich so jetzt wirst du wieder auf deine reise gehen also das waren wirklich ein paar monate die waren sehr hart man muss dazu doch ich kann dazu sagen dass ich massivste ängste hatte ich hatte panikattacken in situationen wo ich mit dem auto fahren wollte wo ich in supermarkt gegangen bin wo ich in bestimmten situationen wo einfach mir ab zu viele menschen waren die mir zu nahe kamen und dann hatte ich schweißausbrüche ich hatte hyperventilation ich bin auf die autobahn gefahren habe gemerkt du musst auf den seitenstreifen fahren da kam eine panikattacke nach der anderen und wenn ihr da draußen jetzt zuhört und euch vielleicht die frage stellt ja was hast du gemacht wie wie hast du das in den griff bekommen ich könnte ich könnte jetzt mehrere folgen machen und euch darüber erzählen wie viele schritte ich eingeleitet habe und wie viele ja wie viel wie viel zeit und wie viele emotionen und wie viel mut und liebe dafür zu also wie viel ich dafür aufbringen musste um in die veränderung zu gehen das kann ich gar nicht in 123 50 sätzen sagen aber ich kann euch sagen was mir geholfen hat um euch vielleicht ein bisschen mut zu machen mir hat auf jeden fall bewegung geholfen mir hat frische luft geholfen mir hat übung geholfen also zum beispiel die übung wenn man das gefühl also diese diese körperkontrolle vielleicht kennt ihr das oder ein oder andere die ein oder andere puls messen blutdruck messen immer wieder darauf achten ob man irgendwer bei kopfschmerzen ob man vielleicht sich noch mal ein mrt nct machen lässt noch mal belastungsecker g also diese ganze dieses ganze vollprogramm immer wieder noch mal noch mal noch mal da muss doch irgendwas sein warum fühle ich mich so irgendwie bin ich doch körperlich krank da stimmt aber es nicht das entdecken die ärzte nur nicht ja also um sich wieder mehr zu fühlen darf man auch ins gefühl gehen sprich man darf sich anschauen wie ich mich gerade fühle sprich wenn die panikattacke kommt dass man sich im klaren darüber ist dass das ganz normale reaktionen vom körper sind also wenn wir joggen gehen oder fahrrad fahren sport machen sonstige körperliche betätigung was macht der puls der geht hoch genau wenn wir aber in gedanken irgendwie auf im wohnzimmer sitzen und wir bekommen stress und wir haben eine panikattacke dann fordert der kopf den körper auf in die bereitschaft zu gehen und was macht der puls der geht hoch ja so ist das und wir können so viel steuern mit dem kopf also ich habe so oft aus kätzchen tiger gemacht ich habe so oft echt die diese kleine katze irgendwie immer zum tiger aufgepumpt und dann mich darüber gewundert warum ich jetzt so einen stress habe ich habe den meine panikattacken meine stress zustände sind immer in meinem kopf entstanden sprich sprich homemade also hausgemachte sachen und sie ich habe sie auch wieder gehen lassen das war immer so die ganze zeit ununterbrochen und da kann ich euch nur sagen hat mir der sport geholfen die bewegung geholfen spazieren zu gehen immer wieder wie ich eben bereits erwähnte in die übung zu gehen in supermarkt zu gehen ich bekam eine panikattacke an der supermarktkasse und habe dann jemanden trotzdem noch vorgelassen obwohl ich damit massiven stress hatte und dann die person gesagt warum lassen sie mich vor sie haben wir selber noch zwei teile ich habe ich übe ich habe gerade ich habe gerade hier eine panikattacke und roh interessant wahnsinn aber dass sie das offen ansprechen ja dann 22 leute weiter meinte dann auch noch so ein mädel ja ich kenne das ich hatte das auch mal finde ich aber cool und sehr mutig dass du das ja ansprichst und so kann man ins gespräch und über dieses gespräch habe ich gemerkt dass ich offener mit meinem problem umgehen konnte und konnte es ansprechen konnte es leben und im leben konnte ich es besser fühlen und dann auch verständnis fühlen und auch von anderen menschen und somit lernte ich einen neuen umgang mit diesen emotionen auch sich nicht die ganze zeit diesen gummiball nehmen und hier unter wasser drücken plop dann kommt er da hinten wieder hoch sondern sich den gummiball wirklich nehmen anschauen bewusst unterdrücken und wieder hochholen und sich auch genau anschauen was habe ich gerade für ein gefühl was bewegt mich gerade was kann ich verändern und ich habe dann wirklich für mich entschieden in der situation wo ich merkte ich habe irgendwas irgendwas darf ich verändern ich muss gar nichts aber ich darf ich habe die möglichkeit etwas zu verändern ja und dann kam so ein zum anderen da kam ich musste aufhören durfte aufhören zu rauchen scheidung ich habe mein gewicht reduziert ich habe wieder angefangen regelmäßig sport zu machen und ich hatte halt bock auf mich ich hatte richtig lust auf mich man man darf die lust auf sich verspüren wenn man sich wirklich liebt dann kann man alles man kann wirklich alles anfangen ob man es dann erreicht ist eine andere frage aber man kann immer beginnen und das habe ich getan und ich habe in der veränderung in der bereitschaft der veränderung erst mal meinen weg gefunden habe dann auch wieder gelernt mit dem auto auf die autobahn überhaupt auto zu fahren das habe ich auch die ganze zeit da nicht mehr gemacht und dann bin ich auf die autobahn gefahren nächste auffahrt wieder runter dann wird er auf der anderen seite rauffahren wieder runterfahren und da habe ich mich manchmal auch für belohnt und war total stolz auf mich war total happy manchmal habe ich aber auch pan so habe ich damals meine panik tanke ich habe sie tatsächlich habe diese attacken wirklich benannt in namen benannt habe ihnen eine 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 person gegeben und ich hatte so eine pan puppe und die habe ich auch immer mitgenommen hört sich bescheuert an aber ich hatte dadurch die möglichkeit zu sagen so und jetzt hältst du einfach mal eine klappe und du setzt dich auf den rücksitz oder du bleibst einfach heute zu hause oder ich brülle dich jetzt mal an oder ich habe dich gerade total lieb also dass man so eine sondern so was handfestes hat was wo man mit umgehen lernt und kann helfen vielleicht sagt der ein oder andere oder die eine oder andere auch so was ich finde total crazy ich finde jeder darf dass wir sich selber entscheiden was ich nur mache ist ich versuche euch so ein bisschen ein paar tipps zu geben bringt euch körperlich an die belastungsgrenze wirklich damit der puls wirklich hoch geht da damit ihr euer herz in im kopf spürt dass ihr mal wieder schwitzt und dass ihr merkt ich bin jetzt irgendwie 15 minuten auf dem heimtrainer gefahren ich habe so geschwitzt und das hat so gut getan und wahnsinn und danach geht der puls wieder runter und ich fühle mich dann echt viel besser weil ich wieder mutiger werde weil die angst die erstickt einen auch das dürft ihr nicht vergessen also angst bringt dich echt so weit dass du stagnierst dass du ohnmächtig wirst dass du nur noch zu hause sitzt und sagt wenn ich das jetzt mache dann kommt das und ich das machen kommt das ist das geht gar nicht das kann ich nicht das schaffe ich nicht das will ich nicht und somit isoliert man sich übrigens wenn man dann noch einen hund bei sich hat oder hunde die das mitbekommen das ist nicht gesund für die hunde das ist nicht gut ein hund kann denn der situation helfen nämlich nach draußen zu kommen unterwegs zu sein ist wunderbar unterstützend für die therapie aber der hund sollte selbst nicht der therapeut sein und somit kann man also gemeinsam mit seinem hund viele dinge erleben wenn man in solchen ängsten ist aber ich habe auch schon leute erlebt die haben sich aufgrund ihrer panikattacken und ihrer angstzustände einen hund geholt und der hund hat dann irgendwann angefangen den menschen zu verteidigen und der hund war dann völlig überfordert der mensch hatte seine angst trotzdem nicht abgelegt und damit ist dann keinem geholfen also menschen mit panikattacken sollten nicht hingehen und sagen ich hol mir jetzt einen hund und der kann mich dann irgendwie gesund machen das ist nicht so prickelnd aber hunde können dabei helfen sich im seelenleben sprich auf dem herzensweg wieder zu finden weil man hat sich ja ein stück weit verloren wenn du also jetzt die angesprochen fühlst und du bist vielleicht gerade in einer beziehung die du nicht so prickelnd findest dann denke darüber nach diese beziehung zu beenden oder meine pause zu machen man muss nicht sofort aufgeben und alles alles wegschmeißen aber wenn du das schon länger fühlst dann denk einfach mal darüber nach ob du da eine veränderung haben möchtest arbeitsstelle viele menschen erzählen mir in den coachings ja ich bin jetzt schon 20 jahren der firma und eigentlich seit zehn jahren würde ich gerne wechseln aber ich finde nichts und ich habe auch die sicherheit mit dem geld und so ja habe ich totales verständnis für weil sicherheit bedeutet ja auch dass man sich sicher ist in seinem leben aber wenn man dadurch dann krank wird sprich panikattacken bekommt angstzustände depressionen ja dann ist man auch nicht mehr sicher dann hast du zwar deine kohle auf der bank und du hast die sicherheit dass du jeden tag zu deiner arbeitsstelle kannst aber wenn es dich nicht mehr glücklich macht dann ist doch nicht so prickelnd oder nein lassen wir ehrlich sein verdient man lieber ein paar hundert euro weniger aber dafür ist das herz wieder reicher an ehrlichen und offenen gefühlen versucht bitte kontakt zu menschen herzustellen und mit ihnen darüber zu sprechen also isoliert euch nicht sondern macht euer thema geht damit offensiv um aber bringt euch nicht ins selbstmitleid und redet den ganzen tag immer bei leuten nur über eure panikattacken das ist nicht ratsam also wer den ganzen tag davon erzählt der füttert natürlich auch den ego anteil in seiner panik wenn ihr jetzt einmal mit der freundin telefonieren sagt also ich hatte jetzt eben wieder panikattacke ja echt wirklich und was so schlimm ja und wie war er total schrecklich und schlimm und dann legt ihr irgendwann auf und dann ruft deine andere freundin an und sagt wie geht's dir und du sagst dann ja ich habe gerade noch mit angelica telefoniert und habt ihr schon erzählt ich hatte heute eine panikattacke ja echt erzähl mal und dann erzählt es noch mal am besten erzählt ist dann fünf mal und dann hast du schon die hälfte des tages rum und hast nur über die panikattacke gesprochen die du morgens hattest das hilft dir nicht weiter am besten ist wenn du merkst dass die panikattacke kommt und du hast die angst du könntest es alleine nicht schaffen dann bitte versuch dich abzulenken du kannst gerne meinen freunden freundin deine mama wenn auch immer anrufen aber versuch bitte in solchen momenten auch einmal alleine dadurch zu kommen macht dich bitte nicht zu abhängig bitte 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 das ist ganz gefährlich wenn du nachher nicht mehr alleine einkaufen gehen kannst nicht mehr alleine mit dem hund raus kannst das ist eine katastrophe das erstickt dich und da darfst du dich ablenken also wenn so gefühle kommen von ich glaube ich mir wird zu unwohl oder so und ich denke darüber nach dass ich gleich wieder eine panikattacke bekomme dann mach mal genau das gegenteil fang mal an irgendwas kreatives zu machen fang an zu basteln lernen gitarre spielen singen tanz macht sport irgendwas geh raus geh raus und wenn du nicht mit dem hund raus geh alleine raus bewegt dich bewegt dich du musst diese überschüssige energie loswerden und das hat mir auf jeden fall dabei geholfen und dann darfst du wirklich schritt für schritt darüber nachdenken ob du dein dein leben und deinen deine ist situation veränderst ja also lass es nicht so wie es ist denn wenn du es so lässt und du bekommst weiterhin deine depression eine panikattacken weil du in einer bestimmten situation steckst die dir nicht gefällt dich nicht glücklich macht und du änderst diese situation nicht dann wirst du nicht gesund du behandelst nur die symptome aber nicht die ursachen ja gesunde ernährung viel wasser trinken rituale machen zum beispiel habe ich immer noch das ritual wenn ich in ein flugzeug steige dann kommt bei mir gerne noch mal der verstorbene hausmeister bei mir im kopf der mir die ganze zeit früher mal erzählt hat was ich alles machen soll oder auch nicht und der war im burnout extrem aktiv und sehr sehr fleißig unterwegs der ego hausmeister und der hat mich von vielen dingen versucht abzuhalten und hat es auch oft geschafft aber das ist wenn ich dann ins flugzeug steige dann kann es sein dass ich noch mal so ein gefühl bekomme und da habe ich so meine rituale also da höre ich meine bestimmte musik da habe ich mein eukalyptus öl was ich mir unter die nase mache und diese rituale die finde ich cool ich bräuchte sie nicht mehr ich habe es auch ohne gemacht aber ich mag das einfach wenn man so ja das ist so wenn man sich zum frühstück seinen kaffee oder seinen tee macht wenn man so ein ritual hat dass man beim spaziergang und wo sich immer auf dieselbe bank mal hinsetzt an den fluss wo man mal zur ruhe kommt wenn man seinen hund zuge zu bestimmten zeiten schmust oder mit ihm in die hunderschule geht das sind halt so rituale und rituale helfen um so eine kontinuität so eine stabil oder so eine stabilität rein zu bekommen dass du eben sagst wenn ich merke da kommt wieder so eine kommt so ein komisches kloßgefühl im hals dass du dann sagt acht dann weiß ich dann trinke ich eine tasse lavendeltee oder dann gehe ich auf mein fitness fahrrad oder dann rufe ich meine freundin an und sage ich habe das gerade wieder aber ich schaffe das schon ich werde da jetzt mal ich lege jetzt auch wieder auf und ich werde das schon schaffen bitte sucht euch aber zudem professionelle hilfe ja also macht jetzt hier keinen alleingang ich habe das auch nicht gemacht aber irgendwann müsst ihr alleine gehen nur in den in den situationen wo es wirklich schwer ist da sucht euch bitte hilfe denn so ganz ohne ist immer schwierig da müsst ihr schon wirklich sehr sehr tapfer sein und eurem kopf ein schnippchen schlagen ja was euch auch noch helfen kann ist lachen viel lachen albern sein das ganze nicht so ernst nehmen und sich mal von außen betrachten einfach mal daneben stellen sagen das habe ich oft bei mir gemacht so auch andy da ist er wieder da kommt wieder der gedanke vom von der panikattacke jetzt geht es gleich wieder los ja jetzt waren wir noch eine runde jetzt gehen wir wieder in den supermarkt geht es doch schon wieder los oder und da dürft ihr euch manchmal auch so ein bisschen belächeln ihr dürft aber auch weinen ihr dürft dass euch mitteilen ihr dürft euch fühlen und das ist eben ganz ganz wichtig dass ihr lernt euch zu fühlen und dass ihr gefühle nicht unterdrückt weil unterdrückte gefühle machen panikattacken das habe ich bei mir festgestellt also alles das nicht raus kommt und ich raus darf kommt dann irgendwann in einer panikattacke und ich kann euch nur sagen die drei wichtigsten dinge sind frische luft und bewegung sport ernährung da habt ihr schon ganz ganz viel mit drin und natürlich den den nötigen bis das verständnis die liebe aber auch die konsequenz euch mal zu sagen jetzt ist aber gut jetzt jetzt gehen wir mal unter die unter die dusche anschließend gehen wir mal eine runde zügig spazieren und jetzt melde ich mich irgendwo im sport an und jetzt reicht es aber lasst euch nicht die ganze zeit bedauern weder von euch selbst noch von anderen menschen umso länger bleibt ihr in diesem zustand und es ist ein zustand es ist nur ein zustand er geht vorbei wenn er nicht vorbei geht dann dürft ihr immer wieder daran denken dass wenn ihr professionelle hilfe habt und wenn ihr die bereitschaft zur veränderung habt dass es irgendwann soweit ist irgendwann kommt der break even point und dann habt ihr es geschafft ja also meine burnout zeit war teilweise wirklich sehr 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 heftig wenn ich da heute daran daran zurückdenke dann bin ich aber auch froh dass ich dass das durchlebt habe und durchleben durfte weil ich weiß dass ich dadurch nur stärker geworden bin und empfindsamer und empfindet also wenn man empfindsam ist dann hat man ein geschenk dann hat man eine gabe und das finde ich sehr sehr schön ich habe hier ein wahnsinniges empfinden für hunde für tiere für die natur und auch für menschen und das gebe ich gerne weiter und ich habe gelernt mich noch mehr zu lieben als ich das ohnehin schon tue und diese liebe die wollte ich heute auch euch mit diesem video und mit 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 diesem thema jetzt hier einfach mal auch weitergeben und euch hoffnung machen und dass ihr wirklich daran an euch glaubt und glaubt dass alles vergeht und nichts für immer bleibt weder das gute noch das schlechte und dass ihr den mut habt zur veränderung traut euch einfach traut euch in die veränderung zu gehen dass ich weiß es ist nicht einfach das ist nicht einfach ich weiß dass das ich kenne es selber an mir und aber es gibt nur eine möglichkeit auf dauer aus diesem zustand rauszukommen ihr dürft in die veränderung gehen und wenn ihr das schafft dann werdet ihr auch mal merken wie viel freude es macht wenn ihr lachen können weinen können wütend sein könnt und einfach wie wie ein wie ein kind euch über die nassen durch die nassen pfützen rollt ob ihr mit nackten füßen spazieren geht ob ihr irgendwo tanzt als würde keiner zuschauen ob ihr sinkt es würde keiner zuschauen bitte 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 seid ihr selbst macht euch frei von den zwängen der gesellschaft macht euch frei von dem druck und von dem funktionieren macht euch locker und ihr könnt alles erreichen was ihr euch wünscht ich wünsche euch jetzt einen schönen tag schicke euch gute energien rüber und wenn ihr jetzt oder wenn jemand von euch irgendwie vielleicht heute schon eine panikattacke hatte oder so eine depressive verstimmung dann habt mut alles wird gut glaubt es mir ja ich schicke euch gute laune ein lachen ein weinen ein leben ein frei sein und dass all eure wünsche in erfüllung gehen ihr seid die einzige person die euer leben verändern könnt also seid ihr die veränderung die ihr euch wünscht auch euer hund wird sich dafür bedanken dass ihr jetzt den richtigen weg geht den herzensweg seid nicht sauer wenn es mal nicht so klappt wie ihr es euch vorstellt das wird schon hundertprozentig hier ist noch ein bisschen energie füllt euch lieb umarmt auch von euch bis dahin